Lufthansa Crew Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Diese Ausgänge haben Sie und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. In der First- und Business-Class finden Sie die Schwimmweste unter der Armlehne, in der Economy-Class unter dem Sitz. Die Schwimmweste 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 unter dem Sitz. Untertitelung des ZDF, 2020